heute geht es weiter mit 4 6 ruft die was auch immer und das ist eine schlechte entscheidung ich wollte eigentlich zuerst auf den schalter zu gehen ich will top-down aber ganz gefützt 1 ist natürlich ist das gut da kann ich aber man in der spiel das war jetzt eigentlich nicht mehr im plan jetzt ist das war das Leben. Und jetzt komme ich zum grünen China-Palast. Okay. Ich würde sagen, da gehen wir rein. Okay, Secret Exit. Das ist auch noch hier drin. Den können wir aus dem Markt. Der führt uns dann halt in der andere Welt. Auf jeden Fall. Schönen Grün. Ja, meine Grünschale benutzt. Oh, das habe ich nicht abgeht. Ja, gut. Okay. Okay. Dann suche ich mir den Secret Exit. Wo war der? Oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Ich wollte es nicht mehr. Dann habe ich's nicht mehr. Dann hätte ich noch keinen Plan. Hm. Ich denke, man wäre ich schwinn. Bin ich im Ruhe. Nein, da ist er ganz sicher nicht. Der weiß. 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 ausgeschlossen sein nix natürlich ist er da und sonst die ernsthaft das ist jetzt ja klar hier und jetzt kommt dann nein dann muss ich das so schaffen okay wochen nachdem ich gespacht habe da geht es jetzt weiter doch doch wartet doch doch ich weiß doch jetzt weiß ich mal woanders wo ich vorhin ich glaube ich mache mir erst die kristall die nächste ich habe schon ja weil die münzen ich meine warum sollte man sonst die münze gezogen auch in echt natürlich verstehe okay 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 ist es ist ja ich muss ja wieder wundervoll ich meine dass das mal richtig durchspielen darf nein ich muss er unterfallen okay dann geht's zügig weiter ja natürlich natürlich ich will jetzt noch wünsche und oben ist nichts besonderes okay ja natürlich ich will da schon dann hoch wenn ich mich dagegen habe ich glaube da ich glaube da trinkt mich keiner rein wenn ich rein muss sehr gut okay 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 dann wollen wir mal anrufen okay da fängt ich will ja 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 ich habe verraschen das ja ich bin gut und ich bin ich bin du ich bin herunter jetzt kommen wir jetzt reden bitte aber vorher gibt es das challenge aus der reise an die eckosen ja ich bin ein das war von oben zu sehen natürlich nicht ich muss durch aus ok ich hab sowieso jetzt ein bisschen so viele schrungen und umgedreht und doch einiges besser ok jetzt kommt das sieht halt fix aus und Pinguin haben jetzt auch natürlich speichern sonst hätte ich es gemacht jetzt ok ich bin nicht dran aber ich muss jetzt direkt rein das doofe ist, ich werde nicht wieder kommen ok sonst werde ich so gut wie nie getroffen und jetzt bin ich zweimal am Schlag ändert sich jetzt mit einem großen Versprechen sicher ist man ja und mit dem unbedingt verschwind ok und dieser Regen den wir hier sehen ja im Hintergrund bewegt sich normalerweise nicht das Problem ist weil das hier auf dem Dolphin im Leiter gespielt wird bewegt sich das nicht also auf der Regen würde sich das ganz normal bewegen ja und ich hab noch so ein Schlag und natürlich einfach warten aber das ist der das ist auch hier im Hintergrund man sieht diesen Regen der bewegt sich nicht aber er bewegt sich in Wirklichkeit schon das ist nur einfaches Let's Play von Let's Play von Dortendo die haben es auf der Wii gespielt und die haben es unmöglich aber auf der Wii können die gespielt aber nicht von der Wii aufnehmen die das ist reich ich hab zwar überhaupt nichts gemacht ich kam ja nicht mal aus dem Eck raus das war fast ungefähr aber ich hatte wieder mein Checkpoint verdammte scheiße das ist scheiße jetzt habt ihr euch wieder zeit noch mal okay nachdem das geht nur in zwei malen weg das weichel wird einfach auf den röhrern ja toll ok wenigstens bin ich von der rolle ich bin ein lieber hier komm ich raus da von wo ja das ist schon immer schön ok jetzt habe ich irgendwas verpasst und ich weiß immer nicht was wenn man eh schon klein ist da können wir so viel ich bin nur gesprungen keine so geile stelle ja dann muss ich mich ja noch ein quetschen lassen das müsste ich unbedingt machen ich denke ich habe mir gleich weiter ok weiter okay wenn es sich das nach die wir wissen wenn man jetzt natürlich das würde ich vermeiden in dem ich ihn gleich tüte mann ich habe es in schweiß weg ich bin ich auch wieder das display bei dem bewegt sich das wunderschön ich verpasst weil das ist nicht das sind wie oft vorhin die man es noch mehr will ok ok machen auch nicht ich hab das ganze hier musik aus der nächste Es ist ein Mensch, aber ich muss ein bisschen gucken. Ich würde dir... ...mein kurz. Ich würde... ...papier es. Dann, 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 dann. Dann. nicht das nicht geschafft überlegt wie nintendo zu diesen bis zum nächsten mal